moin moin ich bin euer flatti herzlich willkommen zu der zweiten folge mein einkauf form ich war eben gerade einkaufen gewesen und die tüten die sind hier unter dem tisch und was ich so alles gekauft habe das zeige ich euch in diesem video so dann lege ich mal los als erstes habe ich mir gekauft toalettenpapier dann als nächstes ich bin komplett unvorbereitet deswegen muss ich das erstmal alles noch raussuchen so als nächstes habe ich zwei packungen butter geholt weil die im angebot waren so als nächstes brauche ich noch was für meinen zuckerspiegel also reicht mir eine packung kinderpingui geholt wo acht stück drin sind zwei stück habe ich schon auf dem weg nach hause schon aufgegessen weil ich so bock drauf hatte so lebensmittelmäßig war es das jetzt so als nächstes habe ich einen badreiniger geholt weil ich mal das bad putzen muss so als nächstes habe ich mir eine billig zahnpasta geholt so was habe ich jetzt wohl als nächstes geholt einen kalkreiniger so als nächstes sage ich euch zwei mal shampoo und es geht weiter mit badezimmer sachen als nächstes habe ich einen rohrreiniger gekauft und fast zum schluss eine packung zahnbürsten und jetzt zum schluss zeige ich euch wieder einen riesen vorrat an deos verkehrt herum so hier seht ihr schon mal vier stück aber da kommt noch mehr insgesamt habe ich sieben stück geholt ihr fragt euch wozu brauche ich so viel deo nun die antwort lautet ich schwitze so viel und dementsprechend muss ich mich sehr oft noch nach sprühen so das war es jetzt auch wieder von meiner zweiten folge mein einkauf von ich hoffe euch hat das video gefallen und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt wartet noch uaaahhhh aaaaaahhhh Bis zum nächsten Mal.